Oh, ein Pid-Kasier. Pid-Gesche. Bitte? Bitte? Da ist nicht erschienen, sondern fast zusammen. Nein. Du reist vorbei irgendwo mit den Kabelbentern. Okay, jetzt raschelt was. Jetzt schaut es gut aus, ja? Zuerst glaube ich schon, ja, super. Da kriegst du nicht auf die Igel, was du wegst bei der Sonne, ja? Warte mal, ich schau mal, Moment. Pass auf, dass nicht der ganze Bram mit runterkommt. Ausgezeichnet. So, dann lege ich es nochmal schnell in die Kamera. Für die Sondensucht-Community. Ja, A173RP. Ja, die Sondensucht hat schon den Boden erreicht. Na, gerade los. Sogar mit Eulen-Stempel drauf. Brav gelernt. Also. Schönen Gruß. Geil. Schönen Gruß. Von uns beiden. Jetzt muss ich mal kurz mit der Kamera drehen. Vielleicht bin ich auch mal drauf. Also. Schönen Gruß. Vorsicht. Schönen Glückwunenh infiltran Gaffchen.